Hallo Leute, hier ist euer MaxiTV und wir spielen heute Five Nights at Freddy's 4, wie versprochen. Und als nächstes kommt das Slender-Video. Ich habe mich darauf mit meinem Bruder geernigt, dass wir das Slender spielen. Und dann kommt ein Spiele-Video. Mein Bruder wird uns irgendein Spiel sagen, was wir spielen sollen. Und ich freue mich schon sehr und wir beginnen jetzt mit den Five Nights at Freddy's. Natürlich die zweite Nacht. Ich habe jetzt schon Schiss. Ich bin ein einsames... Ich bin ein einsames Kind. Ich habe auf der Suche nach Leben. Ja. Ich bin einfach ein einfaches Kind. Ein einfaches Kind. Okay. Dann. Warte, noch was? Okay, das ist weg. Das ist weg, das ist weg. Okay, das ist weg. Wer ist es? Bitte lass niemanden da sein. Wow! Oh. Das ging schnell. Okay. Ja. Five Nights at Freddy's 4, zweite Nacht ist ganz schön schwer. Oh. Das arme Kind. Jetzt ist es tot. Demi. Okay. Okay. Okay, da ist nichts. Oh, bitte. Nein. Ich hasse dich. Ich hasse... Nein. Ich bin so schlecht in Five Nights at Freddy's 4. Okay. 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 Bye. Bye. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Mann, bitte, bitte. Ich hasse das. Noch einmal. Oh, Leute. Ich finde das einfach so beschissen. Ich höre da einfach ein paar Sachen. Oh, ich piss mich an. Ich schätze mal, da ist nichts. Oh, bitte. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Also, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.